Was bedeutet Dostoi für mich die ganze Welt? Dostoi bedeutet für mich die ganze Welt. Er ist wirklich ein großer Schriftsteller und eine große Welt. In meinem Leben spielt er eine große, bedeutende Rolle. So werde ich sagen, ich weiß nicht. Welches Werk ist das schönste deiner Meinung? Also meiner Meinung nach die Kosaken. Die Beschreibung der Natur von Dostoi ist sehr schön und wirklich lebendig, so würde ich sagen. Und überhaupt, dieses Werk ist sehr lebendig. Also ich habe so ein Gefühl, als ob ich mit den Helden dieses Werkes in diesem Moment zusammen bin, sozusagen. Ich habe so ein Gefühl, dass ich mit den Helden dieses Werkes in diesem Moment bin.